In diesem Video soll es um Shuyoka gehen und die Kontroverse um ihre Reaktion. Ganz, ganz krasse Aussagen aus meiner Sicht, insbesondere zur psychischen Gesundheit. Die kann ich so nicht stehen lassen. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Wer ist zunächst einmal Shuyoka, die Person, um die es hier geht? Eine Streamerin auf Twitch, 1997 geboren, junge Frau, ursprünglich aus Österreich. Und dann, wie es hier heißt, ja, kein Studium, keine Ausbildung, sich selbstständig gemacht. Cool, finde ich respektabel. Und dann nach Berlin gegangen und so weiter und so weiter. Das heißt, das ist jetzt so der Werdegang grob. In diesem Jahr gab es jetzt noch eine Auszeichnung. Auch die wurde kontrovers diskutiert. Auch da gab es viel Kritik. Ja, was hat diese Frau wirklich geleistet, um Spielerinnen, Spieler des Jahres zu werden? Keine Ahnung. Ich bin nicht im Gremium. Interessiert mich auch nicht, um ganz ehrlich zu sein. Ich habe gar keine Zeitcomputerspiele zu spielen. Aber natürlich kann man sich fragen, geht es da um die Reichweite? Geht es da um die Qualität? Um was geht es da eigentlich, wenn man jetzt so ein Award gewinnt? Und da scheinen die Kriterien nicht klar zu sein im Gremium. Ja, deswegen ganz spannend zu sehen. Da gab es auch ein großes Feedback, sage ich mal neutral. Ja, und jetzt geht es hier um einen ganz konkreten Videoausschnitt. Und den fand ich wirklich krass, weil da haben sich mir die Nackenhaare hochgestellt. Ist aus meiner Sicht schwer auszuhalten, sich das anzuschauen. Aber wenn du es schaffst, Respekt. Ich hatte Schwierigkeiten zwischendrin, weil ja, jeder kann natürlich sagen, was er möchte. Aber wenn es wirklich, wirklich hart falsch ist, dann muss man mal was gegensteuern. Und das möchte ich hier leisten. Also schau es dir gerne an. Ich möchte hier ein paar Zahlen, Fakten, Daten gegenlegen, um ja nicht alles, was man so vielleicht glaubt, in seiner Bubble wahrzunehmen, auch so stehen zu lassen. Also ganz, ganz wichtiger Punkt, hier nochmal ein bisschen Klarheit reinzubringen. Kann, würde ich mal sagen, in einem Livestream passieren, dass man Dinge doppelt aufzählt, wenn ich extra ein Video... Also Siri geht hier auf eine TikTokerin slash YouTuberin, die jetzt ein paar Aussagen getroffen hat. Und Shuyoka geht dagegen an, versucht sie jetzt sozusagen ein Stück weit, ja, zurechtzuweisen, dass jetzt auch ein Stück Nonsens gesagt wurde. Hör dir einfach an, was sie zu sagen hat. Wenn ich dir auf TikTok hochlade, dass ich dafür aufnehme, wäre es vielleicht sinnvoll gewesen, die Beispiele vorher mal aufzuschreiben, bevor man einfach Depressionen und mentale Krankheiten als zwei Punkte nennt, damit man mehr hat. Ja, ich kann dir sagen, warum ich Depressionen gesondert aufgezählt habe. Und zwar, weil Depressionen mit zu den häufigsten Krankheiten in Deutschland zählen. Mit 9,2 Prozent depressiver Symptomatik ist fast jeder Zehnter hier betroffen. Äh, die Anzahl... Also da gibt es verschiedene Zahlen zur Anzahl der Depressiven in Deutschland. Ich möchte hier ein bisschen was zeigen. Einerseits hier von der AOK, bundesweit größte Krankenkasse. Wenn man alle AOK zusammenzählt, ist das die größte Datenbasis für Versicherte deutschlandweit. Und da gibt es 11,3 Prozent der Frauen, 5,1 Prozent der Männer, die erkrankt sind. Und auch da ist die Frage, sind das aktuelle Zahlen? Weil hier 2016, heißt es bei der Deutschen Depressionshilfe, gab es 5,3 Millionen Deutsche. Krasse Zahl, wie ich finde. Und das sind 8,2 Prozent. Jetzt ist die Frage, ist das noch aktuell, ja? 2016 sind schon ein paar Jahre her. In der Zeit heißt es hier 2021, dass rund 20 Prozent der Berufstätigen angegeben hätten, dass bei ihnen schon einmal die Diagnose Depression gestellt worden sei. Weitere 19 Prozent vermuten schon einmal an einer Depression erkrankt zu sein, ohne dass diese ärztlich diagnostiziert wurde. Und das ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, weil wir uns gleich darüber unterhalten werden. Gibt es jetzt eine Dunkelziffer, die wir nicht kennen? Und wovon hängt die Dunkelziffer ab? Ja, wie genau schaut man hin? Ich möchte dir jetzt ein paar Zahlen zeigen, aber lass mal erst mal hören, was Shoyoka dazu zu sagen hat. Zahl von steigenden mentalen Krankheiten. Ich habe jetzt einen ganz spicy take. Ich habe einen richtig, richtig spicy take für dich. Der spicy take lautet, wir haben nicht mehr mentale Krankheiten als vor 100 Jahren. Wir haben nicht mal mehr mentale Krankheiten als vor 50 Jahren. Wir haben auch nicht mehr mentale Krankheiten als vor 10 Jahren. Weißt du, was wir haben? Psychologen. Wow. Das ist natürlich ein krasses Statement. Das heißt, die Psychologen machen die Depressionen. Das ist jetzt die Kernaussage auf den Punkt gebracht. Und das sieht dann ungefähr so aus. Ich habe das mal mit meinen ultimativen Pain-Skills hier auf den Punkt gebracht. Also wenn du das auch so feierst wie ich, dann einfach mal ein Like da lassen, bitte. 1993, einfach mal so in den Raum gestellt, gab es jetzt die Bevölkerung, grau dargestellt, grauer Kreis. Und in dieser Bevölkerung gab es eine bestimmte Personenanzahl der Bevölkerung, die depressiv war. Also türkis dargestellt mit einem D drin. Und jetzt 2023, in dieser Logik gibt es auch eine Personengruppe, Gesamtbevölkerung. Und in dieser Personengruppe gibt es jetzt mehr Leute, die depressiv sind. Ja, auch wieder gekennzeichnet. Aber warum? Weil in der Zwischenzeit, wie du unten siehst, einfach die Psychologen mehr geworden sind. Also je mehr Psychologen, desto mehr Diagnosen. Also was man wirklich erstmal festhalten muss und insofern richtig, die Anzahl der Therapeuten hat zugenommen in den letzten Jahren. 2021 hier stand vom Ärzteblatt, es gab jetzt hier Deutschland waren rund 48.000 Psychologen. Und des Datis, also der Statistische Bundesamt, hat das hier auch tatsächlich aufgezeigt. 15 gab es hier rund 40.000, 16.000, 42.000, also rund 2.000 Therapeuten mehr jedes Jahr. Hier aufgezeichnet bis 2019. Also es gibt schon einen wachsenden Trend bei den Therapeuten. Es studieren mehr Leute Psychologie, mehr Frauen insbesondere. Und dieser Trend lässt sich durchaus zeigen. Also die Frage ist nur, erklärt der denn, dass mehr Diagnosen in der Depression zu finden sind? Weil, tja, wie gesagt, Corona gab es natürlich auch hier als Ereignis der letzten zwei Jahre. Und ja, passt das denn jetzt mit dieser Zahl der Psychologen zusammen? Ja, ich habe hier den Psychreport 23 von der DAK mitgebracht. Also wirklich interessante Zahlen der Deutschen Angestelltenkrankenkasse. Wie ich finde, super spannend, weil er über Jahre verglichen werden kann, wie es aussieht mit den Tendenzen in der Psyche, in der psychischen Belastung, bei den Krankschreibungen insgesamt, Männer-Frauen-Vergleich und so weiter. Also es gibt eine Tendenz. Ja, man kann nicht sagen, dass es repräsentativ ist vielleicht, aber es gibt schon eine große, große Menge von Tausenden, die hier als Datenbasis herhalten. Psychische Erkrankungen, also ganz spannend. Platz Nummer 3 bei allen Erkrankungen und allen Fehlzeiten insbesondere. Und da gibt es auch einen Anstieg insgesamt, ja, 2012 bis 2022, 48% Anstieg. Also schon eine erschreckende Tendenz. Jetzt ist die Frage nur, ist es auch bei den Psychologen so, dass 48% mehr Psychologen zu finden sind im Verhältnis zu 2012? Und das würde ich mal widerlegen. Also wenn du auch Psychologie studierst, schreib doch gerne mal in die Kommentare, was du zu diesen Aussagen hältst. Ich finde es mal spannend, auch ein bisschen Fachaustausch zu haben. Egal, was jetzt hier so an momentanen Meinungen durchs Netz schwirrt. Also Vorjahresvergleich, Anstieg der Fehltage um 9%. Bei Männern 11% mehr Fehltage, bei Frauen 8% mehr Fehltage auf einem höheren Niveau. Aber Frauen sind insgesamt häufiger betroffen von psychischen Erkrankungen, auch Depressionen. Wichtig ist auch, dass 2021 bis 2022 insgesamt 9% mehr Fehltage zu finden waren. Also krass, ja. Das ist wirklich spannend. Hier bei Frauen, jüngeren Frauen insbesondere, ein Anstieg von 24%. Ja, wieso ist das denn nun so, ja? Ja, insbesondere 21 zu 22 gab es bei den 20 bis 24-Jährigen 24% Anstieg und ganz ähnlich bei den 25 bis 29-Jährigen Frauen. Also wie kann das sein? Hat das jetzt nur mit den Psychologen zu tun? Oder gibt es auch mehr Sensibilität, mehr Bedarf auch bei dieser Altersgruppe? Fragezeichen. Das wäre auch nochmal eine interessante Gegenthese. Hier auch nochmal ganz spannend. 29% der Männer sind hier betroffen, also vermehrt betroffen im Verhältnis 21 zu 22. Also ein krasserer Anstieg im Verhältnis zu den Frauen, wenn man so möchte, in der gleichen Altersgruppe. Also auch mal interessant, ja, wenn man jetzt diese Zahlen vergleicht, Männern versus Frauen. Also zusammengefasst siehst du, dass die Zahlen insgesamt hier einen steigenden Trend zeigen in den letzten Jahren insbesondere. Und jetzt ist nur die Frage, wie ist das im Verhältnis mit den Psychologen zu betrachten? Und ich habe jetzt hier ein paar alte Daten versucht zu finden. Wie viele Therapeuten gibt es denn auf 1000 oder 100.000 Einwohner? Also hier eine interessante Statistik von 2008 vom Robert-Koch-Institut. Und da möchte ich dir einfach ein Gefühl geben, wie dieses Verhältnis sich gestaltet. 49 Psychotherapeuten auf 100.000 Einwohner in Berlin gab es in diesem Jahr, Stand 2004. Und im Verhältnis dazu in Brandenburg im Umland waren es nur 6,5 Psychotherapeuten auf 100.000 Einwohner. Also heißt es schon mal, in diesem Verhältnis stand 2004 wohlgemerkt, ein bisschen hinterm Berg, aber trotzdem mal interessant, dass es vielfaches mehr an Psychologen in Berlin gibt, im Verhältnis zu Psychologen in Brandenburg. Und jetzt ist die Frage, gibt es jetzt auch im Verhältnis dazu viel mehr Diagnosen in Berlin in Sachen Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen im Verhältnis zu Brandenburg? Ja, ein bisschen aktueller, Stand 2014, 2015. Bei den Frauen hier in Berlin 9,2, die eine Depression hatten, diagnostiziert wurden. 12% der Frauen in Brandenburg. Passt schon mal nicht aus meiner Sicht. Also wenn man das jetzt übertragen würde, würde ja davon auszugehen sein, dass eine Vielzahl von Depressionen auch in Berlin zu finden wäre. Also ja, wie lässt sich das hier wiederfinden? Bei den Männern sieht es noch ein bisschen anders aus. 3,6% Depressionen in Brandenburg, gemessen zumindest, und 9,4% ganz praktisch in Berlin zu finden. Also ja, schon knapp dreimal so viel. Und das ist natürlich jetzt interessant. Kommt jetzt die These hin? Also bei Männern? Bei Frauen offenbar nicht, aber kommt die jetzt bei Männern hin? Und jetzt ist die Frage, wie müsste das Verhältnis aussehen? Also das Verhältnis, wenn man das hier ansetzt, 6,5 zu 49 sind ja ganz praktisch 650% mehr, als das, was jetzt zu erwarten wäre. Und ja, jetzt haben wir aber nur 300% mehr. Insofern passt es ja auch nicht. Also das ist ja auch ein Missverhältnis, was sich hier nicht erklären lässt. Insofern, wie sieht es aus aus deiner Perspektive? Ich finde es bemerkenswert, wie jetzt einfach Leute so raushauen können, dass die Psychologen da den Beitrag leisten in Sachen Diagnose und deswegen mehr Diagnosen zu finden sind. Also ich finde auch diese Aussagen recht gefährlich, weil diese Aussage, die dahinter steht, auch Leute davon abhalten könnte, zum Arzt oder Psychologen zu gehen, weil sie vermuten, eine Diagnose zu bekommen, die sie sonst nicht gekriegt hätten. Aber geh mal davon aus, dass du nur die psychologische Diagnose bekommst, die auch zu dir gehört. Also du kriegst ja nichts auf Deckel gedrückt. Wohlgemerkt, das ist die Basis, um zu gucken, wie es aussieht. Was du dagegen machst, ist ja noch in deiner Hand. Es ist ja eine wichtige Erkenntnis erst mal. Was ich hier noch zeigen möchte, weil es einfach so spicy ist im wahrsten Sinne, wie man jetzt sozusagen innerhalb dieses Themas Depression dann nochmal ziemlich persönliche Aussagen findet, die ich aus meiner Sicht unter der Gürtellinie hier wieder finde. Finde ich nicht cool. Also trotzdem mal reinhören, bilde deine eigene Meinung. Also allein die Weltgesundheitsorganisation hat davon berichtet, dass sowohl Depressionen als auch Angststörungen um 25% weltweit gestiegen sind. Während des ersten Pandemiejahres. Aber nein, der Anstieg bedeutet nur, dass wir mehr Psychologen haben und nicht etwa der ständige Wandel der Welt dafür verantwortlich sein könnte. Es sind nicht mehr psychische Erkrankungen als jemals zuvor. Sie sind jetzt einfach nur sichtbar. Deine Eltern und Großeltern, die im ersten und zweiten Weltkrieg gekämpft haben, haben mit ziemlicher Sicherheit auch... Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Hey, keine Ahnung. Jeder darf so irgendwie alles raushauen offenbar, was ihm so in den Kopf kommt. Krass, Mann. Ziemlich krasse psychische Erkrankungen gehabt. Ja, Mann. Meine Eltern haben im ersten und zweiten Weltkrieg gekämpft. Und um im ersten Weltkrieg gekämpft haben zu müssen, müsstest du Ende des 19. Jahrhunderts geboren sein. Das bedeutet, du weißt es ungefähr 125? Ja, das geschenkt. Also ist einfach, ja, eine stumpfe Aussage. Kann auch im Effekt passieren, sei es drum. Aber keine Ahnung. Also auch ein komischer Vergleich, auch wenn es jetzt sozusagen natürlich rechnerisch überhaupt nicht hinkommt. Aber für mich klingt alles, was sie aufzählt, wie ein nicht aufgearbeitetes Kindheitstrauma, das sie selbst durchlebt hat. Ist das jetzt hier eine Reaction-Ferndiagnose? Was zeichnet diese Frau aus, dass sie das so beschreiben kann und erkennt? Welche Qualitäten bringt diese Frau mit, um das so rauszuhauen, raushauen zu dürfen? Okay. Vermutlich selber ein Scheidungskind, selber maßlos und unhappy damit, dass ihre Eltern sich scheiden haben lassen. Vermutlich irgendwo ein Schuldgefühl bei der Mutter, die sich scheiden hat lassen. Und jetzt ist die Mama an allem schuld. Und alles ist Kacke. Und weil ihre Eltern sich scheiden haben lassen und sie selber psychische Erkrankungen hat und die nicht gesehen wurden, ist jetzt alles Scheiße, was in ihrem Leben ist. Und alles, was in der Lebensperspektive von anderen Menschen ist, ist kein wahres Problem. Du möchtest nicht über mich mutmaßen. Machst es dann aber doch? Aua, Mann. Aua, 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 Aua. Das ist schon hart. Richtig hart. Also einerseits eine Mutmaßung, was los ist im privaten Leben dieser Frau. Und andererseits, wenn dann damit ja auch dir Probleme aufprojiziert, die vielleicht gar nicht da sind. Und jetzt musst du dich noch rechtfertigen dafür. Also was ist da los? Was ist das für eine Aussage? Also aus meiner Sicht absolut ungerechtfertigt und echt nicht okay. Also hallo? Was soll das? Überraschung. Meine Eltern sind seit mehr als 25 Jahren verheiratet. Noch immer. Also das reicht auch, glaube ich, hier. Ich will gar nicht tiefer reinbohren. Da gibt es noch ganz viele Ebenen und ein super langes Hin und Her. Aus meiner Sicht auch einfach crazy, sich das alles zu geben. Mehr schaffe ich auch nicht. Meine Schmerzgrenze ist da echt nicht so hoch, um angesiedelt zu sein. Also mein Nonsens-Toleranz-Barometer schlägt auch irgendwann aus. Man sollte ja nicht im Glashaus sitzen und Steine werfen. Also das ist ja erstmal das ganz Wichtige. Also wirklich dann auch vorsichtig sein, wenn man ja sozusagen sich über seine eigene Grenze hinaus wagt. Es gibt natürlich dann auch die Reaktion. Also Ursache-Wirkungs-Prinzip gilt für jeden. Aber insbesondere mit einer gewissen Vorerfahrung, einer persönlichen Vorerfahrung, die sich hier anhand dieser Website zeigt, sollte man ja insbesondere vorsichtig sein, was man so von sich gibt. Weil ja, es wurde offenbar eine Depression hier festgestellt, so wie es nach dieser Website hier heißt, und eine bipolare Persönlichkeitsstörung. Und wenn man das jetzt schon wirklich selbst erlebt und durchlebt, dann ist die Frage, warum muss man jetzt so scharf schießen? Schade, wenn jetzt jeder sagen kann, ja, ich hatte eine Phase und ja, war gar nicht so gemeint, dann wenigstens eine Rechtfertigung oder eine nachgeschobene Entschuldigung auch nachzuliefern. Das wäre schon irgendwie aus meiner Sicht gerechtfertigt. Vor allem, wenn man selbst nicht merkt, da frage ich mich, was ist mit dem Umfeld los? Die hat doch sicherlich auch, ja, Freunde, Familie, ist offenbar ein gewisser Bruch da gewesen, so wie es jetzt hier im Netz zu finden war. Aber das Umfeld, die Freunde, auch der Freund, warum sagen die nicht mal auch ein bisschen was, nach dem Motto, hey, vielleicht solltest du da mal ein bisschen die Wogen glätten. Das ist hier laut Netz der Freund, also Pascal Becker, Geburtstag in Bremen, Trivia, ja, Walspandauer lebt zusammen mit seiner Freundin, Schuyoka in Berlin, ob das noch aktuell ist, keine Ahnung. Am Ende ist es mir nicht wichtig, aber mir ist wichtig zu sehen, dass es nach dem letzten Stand hier, so wie es zu mir schien, einen Freund gibt und jetzt frage ich mich, lässt er alles laufen oder sagt er vielleicht auch nicht mal, hey, Schatz, wäre cool, wenn du da vielleicht noch mal ein bisschen zurückruderst oder auch nicht alles einfach so raushaust, vielleicht auch noch mal lieber was aufnimmst, durchguckst und dann hochlädst, bevor man einfach krass schießt in einem Livestream. Zum Abschluss noch ein Tipp, die deutsche Depressionshilfe, wenn du wirklich selbst betroffen sein solltest oder den Verdacht hast, dass du betroffen sein könntest, bietet auch Selbsttests, erste Anlaufstellen und ja, übliche Fragen, die da beantwortet werden und das kann schon sehr hilfreich sein, um sich erstmal zu orientieren, ein Gefühl zu kriegen, wie die auch geholfen werden kann und überhaupt erstmal zu sehen, dass es Hilfe gibt, ist ja schon sehr, sehr beflügelnd und ja, ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute auf deinem Weg, Shiooka. Lass mich gerne wissen in den Kommentaren, was du von Shiooka ihren Aussagen zur Depression hältst. Wie nimmst du denn die Psychologen wahr? Sind sie verantwortlich für Diagnosen, die sonst gar nicht entstanden wären? Fragezeichen. Lass mal in den Kommentaren schreiben, was du davon hältst und ansonsten allerbesten Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann gib mir ein Abo. Ich möchte bis zum Jahresende 1000 Abos sammeln, also unterstütze mich, gib mir ein Abo. Allerbesten Dank und bis bald.